Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um ICMP. Was ist ICMP und warum brauchen wir das? Das Ding nennt sich Internet Control Message Protocol und ist genau dazu da, um Kontrollnachrichten zu senden. Das heißt, nehmen wir mal an, wir sind hier in diesem Netz und die Pfeile sind beidseitig. Das heißt, wir nehmen einen anderen Graphen, wir nehmen den Graphen hier. So, und jetzt haben wir folgendes schwerwiegendes Problem. Lasst mich den kurz manipulieren. So, wir haben nur diese eine Verbindung zu Teilnehmer Nummer 4. Dementsprechend muss Teilnehmer 1 auch die Daten immer an 2 schicken. Der schickt sie an 3 und der schickt sie an 4. Und wenn jetzt was passiert, wie zum Beispiel hier fällt ein Teilnehmer komplett aus dem Netz raus, Sprich, er hat ein DC oder sowas, also ein Disconnect, beziehungsweise er ist einfach nicht mehr erreichbar oder er hat gerade seinen PC runtergefahren oder irgendwie sowas oder sein Router ist ausgegangen. All diese Dinge, die werden über ICMP benachrichtigt. Das heißt, der Teilnehmer 3 erkennt, dass hier zwischen 3 und 4 die Verbindung nicht mehr besteht. Dann macht er folgendes, er schickt eine ICMP-Nachricht an Teilnehmer 2 und die wird weitergeleitet an Teilnehmer 1 und im Netz schön verteilt. Und dazu ist das ICMP-Protokoll zuständig. Ich mache das mal wieder rückgängig, denn vielleicht möchte ich das ja noch irgendwann hochladen. So, wie funktioniert jetzt ICMP? ICMP ist quasi sein eigenes Protokoll, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und zwar, was man bei ICMP macht, ist, wir benutzen quasi IP-Dateneinheiten, also wir missbrauchen das so ein bisschen und packen unsere Informationen einfach hier rein. Deswegen nochmal ganz kurz hier diese IP-Dateneinheit. Was man jetzt macht, ist, man setzt bei Protokoll hier oben, das Ding setzt man auf 1 und dann haben wir eine ICMP-Dateneinheit. Fertig! Und die ICMP-Daten selbst, die werden in den Daten hier übertragen. Und zwar zum einen mal der Typ, dann der Code, dann die Checksumme und dann mehr Informationen, also Info. Gut, was ist jetzt was? Der Typ sagt mir, was für eine Dateneinheit oder was genau jetzt da gerade passiert ist. Das ist zum Beispiel Typ 3, Zieladresse nicht erreichbar, was bei uns gerade der Fall war. Da können aber noch andere Sachen stehen, aber die möchte ich euch jetzt nicht alle aufzählen, das wäre ein bisschen langweilig. Der Code ist eine genaue Beschreibung der Dateneinheit, also was da genau so drin steht, ist sowas wie Netzwerk nicht verfügbar, sowas in die Richtung. Oder Netzwerk tot, keine Ahnung, irgendwie sowas. Die Checksumme berechnet sich wiederum auf der kompletten ICMP-Dateneinheit. Allerdings, Achtung, die ICMP-Dateneinheit ist nur der Datenteil hier unten. Das heißt, ich berechne auf dem Datenblock von IP die Checksumme und diese Checksumme hier oben berechne ich quasi für den IP-Header. Das heißt, ich habe im Prinzip zwei Checksummen, aber wenn beide stimmen, habe ich keinen Fehler drin. Super Sache. Und jetzt die Info, das ist sozusagen der kleinste Teil. Zum Beispiel ein Zeitstempel und solche Dinge. Das heißt, er ist gerade nicht erreichbar und das ist es eigentlich auch schon. Warum brauche ich einen Zeitstempel? Naja, wie gesagt, ICMP, Internet Control Message Protocol. Das ist nicht nur dazu da, wenn irgendwann mal was ausfällt, sondern ich habe euch auch gesagt, wir brauchen hier die Kosten von jedem dieser Leitung. Und das wird auch über ICMP gemacht. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Echo und Echo Reply Nachricht. Das heißt, einmal geht die Dateneinheit hin und einmal kommt sie wieder zurück. Und wir brauchen natürlich den Timestamp, wann sie bei Nummer 3 angekommen ist, um insgesamt unsere sogenannte Round Trip Time, also sprich quasi wie lange hat es gedauert, bis es einmal hin und wieder zurückgekommen ist. Und dadurch ergeben sich dann eben die Pfadkosten hier. Und das wird auch über ICMP gemacht. Ja, also ICMP ist sozusagen das Protokoll, was ihr, oder ja nicht direkt ein Protokoll, aber die IP-Formate, die ihr benutzen könnt oder die benutzt werden, um die Informationen auszutauschen. Gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.